Hallo Leute, ich gucke ja meine eigenen LPs ja ein bisschen, mein Age of Pirates, und mir immer so nach der Aufnahme, nachdem es gerendert ist und so, und wenn ich es hochlade, muss ich einen Titel für die Folge finden. Und dann gucke ich sie mir meistens in dreifacher Geschwindigkeit an, dann versteht man die Stimme noch einigermaßen und ich muss nicht so lange vor der ganzen Geschichte sitzen. Das hier ist jetzt ein Ausschnitt aus der Age of Pirates Folge 52, kurz nachdem ich die Stadt von La Vega erobert habe. Und dann ist mir... ich kann es nicht beschreiben, guckt es euch einfach an. Ne gut, ich merke gerade, ich bin über 30 Minuten, dann werden das jetzt einfach drei kurze Folgen. Was mit 10 Minuten? Oder? Ja doch, jetzt bin ich drüber. Scheiße, 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 oje mine, scheiße, oje mine, alles scheiße, hier sind Leichen, die liegen, und es laufen Piraten durch die Stadt. Noch mehr Leichen liegen überall, da auch eine Zivilistin, da einer mit Schwert. Und da noch jemand und Piraten und die Kirche ist kaputt. Der Bus ist kaputt. Dam, dam. Guckt euch, sucht auch das Video mal raus, der Bus ist kaputt. Sehr schön, da hat man eine sehr schöne Aktion gerade, ja. Eine sehr schöne, so... Ich fand es einfach nur lustig, mich so singen zu hören. Naja. Tschüss. Und, äh, guckt mein Epi weiter. Und abonniert P6. Und, und, und. Tut's einfach. Ja, das war's. Tschüss.